Für besondere Leistungen in ihren Abschlussarbeiten sind fünf Absolventen der Hochschule Kaiserslautern ausgezeichnet worden. Seit 1987 bereits vergibt die Sparkassenstiftung jährlich Geldpreise und Urkunden an die besten Bachelor- und Masterarbeiten des jeweiligen Jahrgangs. Die öffentliche Wertschätzung und Würdigung bleibe den jetzigen Absolventen ihr gesamtes Berufsleben über erhalten, sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Kaiserslautern Hartmut Roden. Professor Michael Margin, Vizepräsident der Hochschule, ermunterte die Bachelor- und Master- angesichts der Herausforderungen der KI, diese neue Welt der neuen industriellen Revolution zu gestalten. Der amtierende Verwaltungsratspräsident der Sparkasse, Ralf Hersiner, zeigte sich von den Leistungen beeindruckt und gab dem Nachwuchs mit auf den Weg, neugierig zu bleiben. Amelie Pero Madura, eine Schülerin der Kreismusikschule, umrahmte den Abend mit ihrem Harfenspiel. Musik 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 Bis zum nächsten Mal.